Berlin, Baden-Baden, die jüngste Diskussion um Rammstein und Sänger Till Lindemann, 60, bremst nicht die Verkaufszahlen der international erfolgreichen Berliner Band. In den jüngsten Album-Charts Top 100 sind die Musiker wieder mit sechs ihrer bisher acht Studioalben vertreten. Alle konnten deutlich hinzugewinnen. Das jüngste Album-Zeit stieg von Platz 29 in der Vorwoche auf die zehn in den am Freitag veröffentlichten offiziellen deutschen Charts, die das Unternehmen GfK Entertainment in Baden-Baden ermittelt. Vorgänger Rammstein stieg von 52 auf 20, das 2001 erschienene Album Mutter schaffte es von 61 auf 25. Wieder zurück in den Charts sind drei weitere Alben der Band. Reise, Reise von 2004 steht nun auf Platz 55. Das 2009 herausgekommene Liebe ist für alle da landete auf Rang 57, Rammsteins erstes Album Herzeleid von 1995 sicherte sich Platz 90. Mit Sonne auf Platz 69 schaffte es auch ein Rammstein-Song zurück in die Single-Charts. In den vergangenen Tagen hatten mehrere Frauen, teilweise anonym, Vorwürfe gegen Lindemann erhoben. Sie schilderten Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Junge Frauen seien während Konzerten ausgewählt und gefragt worden, ob sie zur Aftershow-Party kommen wollten. Toll, den jagter Anstatt hatte einen palabraser Eskunde, den überträchtig akgrallasn vorgleich visto. Das war nicht so etwas, bei einem festgelegen Amen. Die war damals als Molly Rammstein und Hersteras der關係. uetchen Untertitelung des ZDF, 2020